Ich habe heute an dieser Stelle leider keine guten Nachrichten. Aufgrund besonderer Vorkommnisse in der letzten Nacht hier bei uns im Bottrop am Berliner Platz ist es uns heute nicht zum Feiern zumute. Es hat einen fremdenfeindlichen Anschlag gegeben mit vier zum Teil schwer verletzten Personen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das Konzert des Rockorchesters Ruhrgebietes abzusagen. Ich bitte darum, Ihr Verständnis und wir werden versuchen, dieses Konzert nachzuholen. Was uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist mir wichtig, nochmal jetzt auch in dieser Stunde zu sagen, Was uns Herrn Bottrop auszeichnet, ist, dass wir als Stadtgemeinschaft zusammenstehen und auch wenn wir heute keine Party feiern, so möchten wir unsere Gemeinschaft dennoch demonstrieren. Und deshalb wird unser Männerquartett 1881 jetzt gleich für uns singen. Und danach sind Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich eingeladen, in den Zelten noch zu verweilen und die Angebote wahrzunehmen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei denen, die es hier organisiert haben, ganz herzlich bedanken, auch in Ihrem Namen. Genau, ihr könnt auch nochmal klatschen. Ja, sehen Sie mir nach, dass mir diese Rede jetzt nicht so leicht gefallen ist. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf. Ich schließe Sie aber trotzdem mit einem herzlichen Glück auf.